das neue Video ist da du lässt mich echt alles bauen was Herr wie denn ja ich fühl mich so wie der letzte Arsch ja was denn 14 Bücherregale und jetzt das ist dein Zaubertisch du hast recht meiner ja also 14 Bücherregale wo passen die jetzt hin? ich würde sagen hier passen sie hin hast du eigentlich wirklich vor hier in den Berg zu wohnen? nein ich habe irgendwann eine Silk Touch Hacke das hoffe ich zumindest und deswegen ist mir das gerade vollkommen egal die hast du glaube ich schneller als du glaubst naja sobald ich diesen Tisch hier stehen habe nicht wahr ja wenn du es richtig machst stell ihn da mal hin da fehlt dir nur was ja genau wenn du dieses Bernstein mit Silk Touch abbaust und dann den Crushed also in den zerkleinern hat es auch mehr ja ja weil Electric Magic Tools und so hat es drauf und der Laufbrot und so und hin damit ups falscher Knopf ja genau falscher Knopf vor allem nein der sollte da echt nicht hin ja aber das ist trotzdem kein falscher Knopf weil es der Knopf ist den du drücken wolltest um zu setzen soweit ich weiß zählen die Ecken auch aber okay echt ich dachte eben nicht weiß nicht ich hatte eine Anzeige ich mach es jetzt mal so gehen die drei Blöcke hoch ich weiß es nicht sehr seltsam was denn warte mal das Werkzeug was du reingetan hast hat das volles Leben ja natürlich ich glaube Raturkosten Null steht da wenn ich was Verletztes reintun maximale Stufe ist 34 jetzt also auf jeden Fall genug ich hab 35 dann verstehe ich jetzt irgendwie nicht irgendwas daran verändert irgendwas geht anders aber wie es scheint äh mal gucken ob ich da auf der Seite für den Download ausfinde wer heißt denn der Matt ja wie wohl Enchanting Plus oder so ich glaub das richtig geraten vielleicht heißt auch Enchanting Minus der addet nur diese zwei Items also kann nichts ja ist klar hätte ja sein können dass es noch was gibt sag wenn du es gefunden hast das ist glaube ich echt schade du könntest mir einen Gefallen tun in acht Obsidian für mich abbauen ich werde dir zwar nicht sagen wozu aber ich brauch's das ist sehr seltsam das ist wirklich seltsam sollte es denn etwa gehen woran liegt denn das was wir wissen es nicht woran liegt das das ist ja eigentlich nicht was ich mache das tut irgendwie mosigen Ziegelstein das ist echt nicht was ich mache ich glaub damit wird es wohl mehr kosten 48 ja aber warum geht das so warum geht das so aber anders nicht hast du einen Weg gefunden wie es geht was ist ne Frage siehst du das wirklich nicht was siehst du denn nicht ja wenn ich Creative Mode wechsle dann geht's oder was ja im Creative Mode siehst du die ganzen Rezepte da alles schön darin angezeigt oh nein sag bloß dieser Mod ist nur für ich hab keine Ahnung was da los ist dann müssen wir wohl normal zaubern ich möchte meine Ressourcen zurück oder ja ne die Effizienzspitzsacke zurück zu enchanten scheint ja auch nicht zu funzen oder warte mal 17 Kosten ja das funktioniert natürlich was hast du herausgefunden äh ich also etwas was du schon enchant mit drauf hast kannst du weiter enchanten so viel ist auf jeden Fall klar na immerhin das bringt uns doch auch was ja aber achte mal hat dieser Mod hat dieser Mod unterstützt dieser Mod diese Convict Dinge hallo stimmt vielleicht steht da nur in Creative benutzbar vielleicht muss man ja quasi muss das jetzt Charme quasi drauf sein du kannst es damit erhöhen aber das ist eigentlich ein bisschen komisch wo ist er denn achte der muss heute oben sein hier den kann ich nicht konfigurieren okay dann schaue ich mal in seine konfig file rein konfig e plus steht da so ok stehen wir hier in Charmets alles 2 sind und ah ja genau die sind da mit Tooltips ah ja genau die sind da mit Tooltips ich probiere mal was ich finde das so auch schon genial genug verschwendet man halt ein Level um zu verzaubern und dann kann man es halt ändern jetzt habe ich Glück 3 auf der Hacke naja du kannst es erhöhen halt ja eben man ja ok ich habe mich als eine Vermutung die ich gerade austeste bin glücklich und zufrieden aber Minecraft die Hacker hat Haltbarkeit effizient zum Glück YOLO mehr brauche ich nicht also nur Obsidian achte mal jetzt jemanden gar nicht, oder? ja man sieht gar nichts davon, gut Obsidian dann gibt's das nur Böses Minecraft Böse Böses Minecraft Böse Böse jeder will einen imaginären Keks wo willst du das denn müssen? weil ich's weiß ja ich weiß das merkwürdig ja ich hab da drauf ein Teller auf Brot ich level zurück etwas ich wollte jetzt eigentlich nur mal im Singleplayer gehen aber natürlich wollte er mich daran hindern ich find's irgendwie witzig warum ist das schwarz? hier ist dein schöner weißer Bildschirm da ist schwarz man kann also jetzt nur Enchantments die man schon hat verbessern ja scheinbar aber ich habe da so Vermutungen ey ganz ehrlich wenn du's in der Config nicht finden lassen wirst so das ist doch gar nicht mal so schlecht dann brauchst du immer noch Zufallsfaktor und wenn du hast was du willst kannst du's halt für immer und ewig verbessern und reparieren dann brauchst du's nur einmal finden also reparieren würde ich eh immer mit Amboss machen weil das der Stand preparing is wow ich wurde gerade zugemüllt im wahrsten Sinne des Wortes hey wie meinte das? ich hab diesen riesen Eichenbaum grad gefällt und das krass ist mein Eisenachst ist fast nicht kaputt gegangen ok ok oh ja es ist magic los meine Sticky Resin Bäume gib mir Sticky Resin immer dieses lange Laden das ist echt schlimm ich hab mich schon gehört nichts mit den Osama zu tun na hoff ich doch du wolltest mir 8 Obsidian abbauen ja das wolltest du nein das wollte ich nicht oh nein das wollte ich gar nicht ich wollte doch testen nein nein ich bin Death Connect du warst nur aus versehen hier ja so kann man's im Endeffekt sagen sooo ach Leute ist das auch mein Singleplayer wird oh existiert die noch? hab ich die nicht gelöscht egal ähm nicht legen na ich geh dann mal schlafen hä was? ja ingame soll der Tag sein und so ach so hör auf zu hängen jetzt schmil schon wieder ab was soll der Scheiß? echt schlimm ich will endlich dass 8 Milliarden Mods im Spiel standard gemäß eingebaut werden dann kann es kein Instabilitätsproblem geben weil die Mods inkompatibel sind dann müssen sie kompatibel sein dann müssen die Modder die kompatibel machen jetzt wundermaßen ah haben sie sowieso geschaut wenn die Mods nicht mehr danach funktionieren sollen sie gleich abschmieren und nicht einfach nur ja jetzt lad schneller ist nicht schlimm sowas ich überleg grad immer 2 Minecrafts offen zu haben so dass wenn eins abschmiert ich dann zum anderen wechseln kann dann müssen wir so eine gute Idee vor allem weiß ich gar nicht wie der das Aufnahmeding das überhaupt verkraftet weil der weil der auf den Prozess abgerichtet ist so ja los ich hab jetzt erstes zu den Waffen mit Schiffen bekommen ja wenn du dir vorher nie Waffen baust tja schlimm ja echt schlimm sowas von dir das erste Schwert das ich bau es eine Halloriten Klinge hallo rot ja warum nicht hat Verbrennung 2 finde ich gut ja ja aha ok ist Bronze besser als Eisen Bronze ich hoffe das reicht für Obsidian dann Brosse Erze hm schaut schlecht aus Mist so ich meine halt einfach creative Was kann man denn noch benutzen? Jetzt hätte ich das überlegt. Gute Frage, was gibt es noch alles in dem Spiel an Zeug, was man so nutzen kann? Um Obsidian abzubauen. Vielleicht. Ich will Obsidian abbauen. Ja, dann brauchst du dir eine schöne Spitzhacke. Deine war, gib mir eine Liste, was brauch ich. Keine Ahnung, was die Liste ist. Ich weiß nicht, wie gut die Dinger alle sind. Es gab mal eine für Metallurgie. Die hatte ich irgendwo gespeichert. Ja schön, dann find sie mal. Warum brauchst du jetzt so lange zum Weltgenerieren? Das ist eine Flatgrass-Welt. Da gibt's nichts. Na egal, hier leckt es immerhin nicht. Das kommt mir nicht so vor. So. Oh, die Dungeons gibt's. Oh, die generiert sich hier auch. Stimmt, hier werden geschult. So. N. Den hier. Hallo. Oh. Ach stimmt. Slash. Gif. Äh. Slash. Gif. Ja. Stimmt, das sollte man nicht trennen. Hallo. Minecraft. Minecraft. Ja, what the fuck. Ich wusste nicht, dass wir die Mod-Kombo erreicht haben, dass es im Singleplayer einer von ein paar Sekunden abschmiert. Ja. Ja. Ja, das wundert mich aber auch. Ja, ich verstehe auch nicht, woher das kommt. Ich meine, der Server, der hält ja auch einfach stand, da passiert auch nichts. Einfach gar nichts. Einfach gar nichts. Und Aufnahme stoppen.